Ich bin hier jetzt um Abiball bzw. mein Abiball zu kaufen und ich habe da so ein bisschen eure Hilfe, weil ich ja nicht so genau weiß, was ich vor meiner Zeit und den ganzen Sachen halten soll. Ich habe Ihnen nur für 24 Euro in einem selten Trendladen bei mir in der Nähe ein Abiball gekauft. Ich werde euch auch nachher ein Tipps davon zeigen, wie ich das anhabe. Aber bevor ihr dahin spuckt, seid ihr noch ganz kurz dran, weil ich noch Fragen an euch habe und das ist ja echt nett, wie ich mir direkt beantworten könnte. Ich kann euch auch mal kurz hier schon mal so ein bisschen was zeigen. Da sieht das ungefähr so aus vom Stock. Also es ist so hellblau und aus Stücke und vielleicht fast bis zum Boden. Die wird unten so ein bisschen weiter, aber es ist echt sehr eng am Leben. Und ich finde es für mich ganz cool, dass wir es haben. Die Läden gehen und nach viel Zeit kommen, die gibt es auf jeden Fall mit. Da können wir uns versucheln und reden. Oder muss ich noch mal viel Spaß geben. Da muss ich zu sein. Oder muss ich euch mal... Oder muss ich euch mal vielleicht ganz kurz sein. Das ist ja, oder? Ich kann mich auch mal klar, wie gut. Das ist ja. Ich muss grad haben... Einemann. Vielen Dank.